Ticks von mir, die ihr noch nicht wusstet. Wenn ich im Auto die Musik auf Lautstärke 5 mache, ist es okay. Mache ich die Lautstärke auf Nummer 6, ist es für mich komplett, geht gar nicht. Es muss entweder in 5er Schritten sein oder gar nicht. Manchmal ist es dann einfach zu laut, aber ich kann es halt nicht ändern. Aber wenn es auf 3 ist, geht es auch. 7 ist auch okay, weil 7 ist meine Lieblingszahl, aber der Rest geht gar nicht. Das nächste ist, ich kann nicht rülpsen. Und nein, es ist kein Spaß, ich kann wirklich nicht rülpsen. Auf jeden Fall kommt es überall raus, außer aus dem Hals. Nächster Tick ist einfach, wenn ich mir morgens die Kaffeemaschine anmache und diese Bohnen brünen, also schreddern, dieser Moment. Bevor dieses Geräusch vorbei ist, muss ich etwas geschafft haben. Ich muss es geschafft haben, aus der Küche rauszurennen, an einem bestimmten Punkt zu stehen, bis dieses Geräusch aus ist. Ansonsten passiert was Schlimmes. Ja, darauf wollen wir nicht weiter eingehen, aber komische Dinge, denke ich mir auf jeden Fall. Außerdem Leute, ich schlafe so hässlich. Ich sehe so hässlich im Schlaf aus, dass meine Mutter mich sogar auslacht. Und schneiche wie ein Kerl.